Hey Leute und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Diesmal geht es um das 100 Abonnenten Special. Nochmal vielen herzlichen Dank dafür, für diese 100 Abonnenten. Inzwischen sind es ja schon fast wieder 106, also was heißt fast, es sind schon wieder 106. Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Und jetzt haben wir uns endlich mal entschlossen, was wir machen können. Und zwar werden wir das neue The Other Mod Pack ausprobieren. Da haben wir schon ein paar Parts aufgenommen, ich hoffe es wird euch gefallen. Wer es nicht kennt, kann ich mal ein paar Bilder zeigen. Es gibt neue Bosse, neue Tiere, neue Monster. Okay, das war jetzt kein Monster, aber es wird so aussehen. Also eine Skylineschaft ist quasi das Gegenteil vom Nether, nur dass es halt im Himmel ist. Es gibt viele Sachen neu hier, neue Items, wie ihr schon sehen könnt. Also die Liste ist recht lang. Wer es interessiert ist, kann sich hier gerne runterladen. Ist kostenlos, ihr könnt natürlich auch donate. Macht es auch gerne, wenn ihr Lust habt. Weil es ist eine richtig geile Mod, die auch gerne weiterentwickelt werden kann. Ich zeige euch das Bild hier mal kurz nochmal. So wird es aussehen. Hat halt verschiedene Wolkenarten und ist alles so Skyland mäßig. Also es ist richtig heftig geil und aber auch richtig heftig schwer. Weil es gibt viele Monster und bei Nacht vor allem sind die richtig aggro. Da sind Max, Paul und ich schon so einige Male verzweifelt und haben uns gegenseitig angekackt. Das war da nicht mehr ganz so schön. Wir haben nämlich schon ein paar Parts aufgenommen. Die werden jetzt in den nächsten zwei, drei Tagen rauskommen. Und wenn ihr dieses Modpack schon kennt, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was für Ideen ihr habt. Weil wir haben noch gar keine Ahnung von diesem Modpack. Wir haben einfach mal gesagt, machen wir mal. Und hier sehen wir, diese Sachen hier sind auch richtig ätzend. Geflügelte Schweine hier mit diesem Portal kommt man in die Skylandschaft vom Normalen. Also so baut man das Closedown und dann einmal ein Wasser in die Ecke setzen. Und dann wie so ein Portal halten und nicht anziehen, sondern mit Wasser. Und hier, da sieht natürlich auch einiges ganz anders aus im Inventar. Inventar? Inventar. Ja, also wer Ideen hat, kannst du uns mal gerne schreiben. Es wird bei uns auf jeden Fall ein Blind werden. Der Paul hat da schon ein bisschen mehr Erfahrung als wir, glaube ich. Aber selbst er ist so langsam mit seinem Wissen am Ende. Also wenn ihr das schon kennt, wenn ihr schon ein paar Parts gesehen habt von anderen Let's Playern, dann schreibt uns doch mal ein paar Ideen, mit was wir jetzt am nächsten als Bestes weitermachen können. Damit wir hier möglichst schnell eine Basis aufbauen können. Es gibt auch so Dungeons. Ja doch, ich glaube das sind diese Dungeons. Also da gibt es so kleine Neben-End-Bosse, die man dann besiegen kann. Es gibt neues Holz natürlich. Ah Gott, die Liste ist lang. Und ja, ich hoffe natürlich euch gefällt das als 100-Abonnenten-Special. Wir dachten mal, ja machen wir das einfach mal. Machen wir halt hier mit dem Hamachi-Server einfach mal kurz. Der Server ist natürlich jetzt nicht gerade klasse von uns. Aber wir schauen mal noch, ob wir den ein bisschen besser laufen lassen können. Weil der halt auf dem alten Laptop läuft. Und ja. Natürlich, wenn es euch gefällt, könnt ihr uns mal gerne weiterempfehlen, damit wir auch bald das nächste Abo-Special machen können. Das wird wahrscheinlich dann das 150-Abonnenten-Special. Aber jetzt erstmal das 100-Abonnenten-Special. Dafür nochmal vielen Dank. Hier haben wir nochmal euer Bild. Und ja. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, gerne weiterempfehlen. Liken, kommentieren. Was das Zeug hält hier. Unterstützt uns, wir haben keine Ahnung. Und ja. Schreibt mal, was ihr von dem Abo-Special hält. Oder ob ihr lieber was anderes gehabt hättet. Dann können wir uns überlegen, ob wir das im nächsten Abo-Special machen. Und ja. In dem Sinne. Servus. Bis zum nächsten Mal. Habt Spaß beim Zugucken. Und wir sehen uns dann in-game. Haha. Servus.